Hallo, ich möchte euch heute zeigen, wie man einen bestimmten Teil von dem Ganzen berechnet, also Prozentrechnung. Nehmen wir zum Beispiel 6% von 300 Euro. So, nun fragt man sich, wie kommen auf diese 6%? Aber das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Nehmen wir doch einfach mal 10%. Das wären 30 Euro und 1% sind 3 Euro. So, nun haben wir aber nicht 1%, sondern 6%. Aber wir können einmal aufschreiben, 1% wären gleich 3 Euro. Da wir 6% haben wollen, nehmen wir das Ganze mal 6. Auf der anderen Seite genauso. Also, jetzt haben wir hier 6% und da 6 mal 3 gleich 18 Euro. So, nun das genaue Gegenteil. Wir wollen 300% von 225 Euro ausrechnen. So, das muss nun mehr werden, da es mehr als 100% sind. 100% sind die 225. Das können wir mal dazu schreiben. So, 300% ist ja das Dreifache von 100%. Also müssen wir einfach nur diese 225 Euro mal 3 nehmen. Und da kommt dann 675 Euro raus. So, ja, also 300% von 225% sind 675%, da wir diesen Wert einfach nur mal 3 nehmen mussten.